Die YouTube-Serie Die Rekruten wird bald auf RTL 2 ausgestrahlt und eine neue Serie für diesen YouTube-Kanal wurde angekündigt. Weiteres nach dem Intro. Ich lese jetzt die Pressemitteilungen der Bundeswehr vor. Als erste YouTube-Serie weltweit schafft die Produktion den Sprung ins klassische Fernsehen. Demnächst wird es einen Zusammenschnitt der Reality-Dokumentation bei RTL 2 geben. Wir freuen uns sehr, die Highlights der YouTube-Serie bei RTL 2 einem großen Publikum zeigen zu können und sind gespannt auf diese einzigartige Kooperation, so Feldhauser weiter. Weitere Folgen der Serie sind nicht geplant, auch wenn es viele Anfragen gibt, aber ein Rekruten 2 wird es nicht geben. Die Geschichte der Grundausbildung ist zu Ende, aber es lohnt sich, auf unserem YouTube-Kanal zu bleiben. Im Herbst wird es eine völlig neue Serie geben mit einer neuen, spannenden Geschichte aus der Welt der Bundeswehr, verrät Feldhaus. Ich bin gespannt, worüber die neue Serie handelt. Schreibt auch eure Vermutungen in die Kommentare. Wirst du die neue Serie gucken? Drücke rechts oben auf das I und stimme darüber dort ab.